Intro Yo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen und superlächten Platin mit dem neuen Spiel von Clovaco Traktor Journey. Das Ganze kostet 1,49 Euro. Gibt es für PS4 und PS5 kein Kurs bei das Ganze. Achtfach Platin möglich. Allerdings müsst ihr mit Japan und Asien ein bisschen warten. Ich glaube da ist der Release ein kleines bisschen später. Und ja, anscheinend hat Clovaco da eine kleine Änderung mittlerweile reingebracht. Wir bekommen ein bisschen mehr für unser Geld. Mehr Trophäen. Hier letztens war Traktor Journey Nitro mit ich glaube 71 Trophäen für 3 Euro. Normal gab es immer nur 21 Trophäen. Da musste der Counter aber auf 75 sein. Und hier jetzt bei Traktor Journey muss der Counter oben rechts auf 35 sein. Dementsprechend gibt es dann auch mehr Trophäen dafür. Für 1,49 Euro. Der Preis bleibt gleich. Dauert dann halt 10 Sekunden länger zur Platin. Mein Gott, kein Beinbruch. So, da ist die Platin schon. Traktor Journey. 100% wieder easy peasy Platin. Leute, gönnt euch das Teil. Ja, damit war es das auch schon wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, kommentieren. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, abonnieren, Glocke aktivieren, damit auch keine Easy Platin Games mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Servus. Bis zum nächsten Mal.